Und damit sportfrei, meine Damen und Herren hier aus Öderan vom Fitnessstudio Fitness4U. André, vor vier Wochen hatten wir uns kurz getroffen, da hattest du gesagt, du hast einen neuen Kurs, einen Abnehmkurs. Der läuft jetzt bereits schon. Mit welchen Ergebnissen? Darf man fragen? Also ich denke mal, die Teilnehmer sind ganz zufrieden. Wir sind jetzt in der zweiten Woche, das heißt also vor 14 Tagen haben wir angefangen. Wir machen diesmal erstmalig bei uns die sogenannte Stoffwechselkur. Stoffwechselkur, ist eine momentan aktuelle Diät, die im Prinzip angeboten wird. Und wie gesagt, die Ergebnisse sprechen für sich. Die meisten so zwischen 2 und 4 Kilo in den 14 Tagen abgenommen. Also sehr, sehr gute Ergebnisse. Durch was ist das gekommen? Einfach Bewegung oder ist es wirklich auch das Umstellen der Ernährung? Ist eine Umstellung der Ernährung, also Kalorienreduzierung logischerweise. Sonst kann man die abnehmen, in Verbindung natürlich mit Sport immer wieder. Und halt eine gesunde, ausgewogene Ernährung. Und damit hat das eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Jetzt ist es ja eine Gruppe und wahrscheinlich ist es auch so ein Gruppeneffekt, dass man sagt, Mensch, der hat auch abgenommen. Warum hängt es bei mir, oder? Sicherlich, Gruppe ist immer das Positive. Man sieht beim Gegenüber, beziehungsweise beim Teilnehmer nimmt es auch ab. Man hat auch ein schlechtes Gewissen, wenn man zu Hause ist und denkt, was macht der andere jetzt? Jetzt esse ich das jetzt? Halte ich mich zurück? Und so ist man ganz anders motiviert, als wenn man sich eben alleine quält. Jetzt haben wir die ersten 14 Tage verpasst. Kann man trotzdem noch einsteigen in den Kurs? Also einsteigen geht nicht mehr, weil der Kurs jetzt schon 14 Tage läuft. Läuft jetzt noch vier Wochen. Aber wir werden im April wieder so eine Sache anbieten. Dann einfach mal in der Werbung schauen, wenn es losgeht. Also ich denke mal nach Ostern bieten wir wieder so einen Kurs an und dann jederzeit gerne. Ist das ein Kurs, der auch von der Krankenkasse gefördert wird? Nein, von der Krankenkasse wird leider nicht gefördert. Aber auch Nichtmitglieder können dann teilnehmen. Es ist dann ein Acht-Wochen-Kurs mit Sport, mit Ernährung als Komplettpaket. Aber man kann ja auch trotzdem bei euch sparen, denn es gibt Sonderkonditionen, habe ich gehört. Ja, bis Ende Februar läuft noch unsere Aktion. Mitglieder werben Mitglieder und da kann man bis zu 100 Euro sparen. Also wer jetzt einsteigt, er bekommt 50 Euro aufs Startpaket und einen Monat gratis hinten ran. Das klingt gut. Aber ich weiß, bei euch wird ja nicht bloß Sport gemacht. Man kann Kurse besuchen, natürlich. Man kann abnehmen. Man kann aber auch gut feiern bei euch. Am 8. März ist Frauentag. Und habt ihr das geplant? Ja, bei uns ist dann Branschzeit. Also dann Sonntag von 9 bis 13 Uhr laden wir alle Frauen, aber nicht nur die Frauen, auch die Männer diesmal, mit zum Bransch ein. Einfach ein kleines Dankeschön an unsere Mitglieder, die jetzt fleißig dabei sind und sich es einfach hier mal gut gehen lassen. Meine Damen und Herren, man könnte auch sagen, das ist Mitgliederhalten. Denn da gibt es was zu essen. Damit gibt es mit Sicherheit was Gutes zu essen, aber dann noch eine schöne Idee. André, vielen Dank und wir sehen uns wieder dann im März hier aus dem Fitnessstudio Fitness4U in Oederan.